Ach man. Ich speichere trotzdem. Ich habe Angst, dass da irgendwas verloren geht. Ich weiß ja nicht, was da verloren gehen sollte, aber man muss es ja nicht übertreiben mit dem herausfordern. So. Oh, ich hasse diese Dinger. Da gibt es bestimmt irgendeinen Scheiß-Trick. Wo guckt man hier überhaupt hin? Ach guck mal, hier waren wir noch gar nicht. Wer da? Sag schon. Sei gewarnt. Ich bin sehr schüchtern. Ich rede nicht gern mit Fremden. Wenn du eine Schuppe hast, wie der Fischer, den ich damals am Anfangsstrand traf. Vor wenigen Tagen wurde eine Nixe von dem Schwein entführt. Ich hatte solche Angst. Also, geh bitte. Nixen Schuppe. Die Schuppe? Woher hast du? Du hast sie von dem Fischer. Ne, das... Hä? Ah, von ihr. Hä? Wenn er dir die Schuppe gab, kann ich dir vertrauen. Entschuldigung, bitte. Ich war unhöflich. Tut mir leid. Ich singe dir ein altes Lied vor, das die Nixe überliefert haben. Das die Nixe überliefert haben. Stärkezauber. Stärkezauber vollständig. Was meinst du? War das gut? Ist das jetzt... Die Nixe hat gesprochen, oder? Na dann noch viel Glück! So, was macht der Stärkezauber? Tut der uns wieder vollmachen? Äh, Stärkezauber. Nichts passiert. Na, schade. Man konnt's ja mal probieren, ne? Da war dunkel, genau. Sehr, sehr böse. Ah. Da steht irgendjemand. Oh. 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 Hey, du hast noch mein Rad gefunden. Du hast doch mein Rad gefunden. So sieht man sich wieder. Als ich das Rad ansah, fiel mir diese große Kurbel ein. Irgendwo habe ich drei große Löcher gesehen. Oh, dieses Rad ist es. Was? Stimmt, das runde Rad. Aber wie du siehst, fehlen mir noch drei. Unter uns liegt der... Minitta-Tunnel. Mit diesen Kurbeln kann man ihn heben, behauptet. Wind zumindest. Der Minitta-Tunnel? Wind? Äh... Es ist ein komischer Tunnel, der dich kleiner macht, wenn du ihn durchquerst. Wind hat den Mechanismus gebaut, aber er hat nicht genug Zahnräder gefertigt. Hier. Haben wir eins. Das war doof betont. Aber wo sind die anderen? Ich weiß... Ich weiß... So ein Sternförmiges hatten wir auf jeden Fall in der Kujara gezumpelter. Jetzt weiß ich nicht, ob wir die da klauen müssen. Ich muss sowieso zur Kujara-Ranch. Ich weiß jetzt nicht mehr warum. Warum musste ich zur Kujara-Ranch? Ach genau, wegen dem... wegen dem... wegen dem Viech. Gipfel? Ähm... Gipfel? Gipfel. Ja. Und dann können wir ja gucken, ob wir uns die holen müssen. von der... Weil am Anfang Strand... war eins. Dann Kujara-Ranch. Ja, und das dritte weiß ich nicht, wo das ist. Oh. Ich muss mein Eichhörnchen-Kostüm anziehen, sonst wird mir kalt. Da. Oh ne, hier war es. Ne, das war oben. Aber das kann man ja trotzdem mal mitnehmen. Tch 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 tch. ? Bist! Bist! Bistuu ... Ich ble... Hamer!! aro... Mann, 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 Mann! Ich hab doch gespeichert. Vielleicht hab ich das Abgeben nicht gespeichert. Ich weiß es nicht. Ah, der ist echt selten. Blablabla. Oh. Das heißt, wir haben einen übersehen. Hm. Ich mag die Teile nicht. Ich mag dieses ganze Level hier irgendwie nicht. Das ist irgendwie doof. So, können wir... Ach nee, das ist so eins. Können wir das wieder haben, bitte? Ein Zahnrad? Na gut. Ich nehm mir dieses hier heraus, damit in der Zwischenzeit nichts passiert. Aha. Was? Aha, da hatte ich doch die richtige Idee gehabt. Hübsch. So. Dann gehen wir mal noch zum Anfangsstrand. Hm. Haben wir da für ne Glocke oder sowas? Ne, ne. Wir haben nur hier die Dongling Glocke und die Bergwerksstadt Glocke. Ich glaub, da haben wir nicht, ne. Und ja, ich hab mir noch aufgeschrieben hier die zehnmal die Kujara Viecher. Das kommt alles noch zu seiner Zeit. Müssen wir dann wohl wieder mit der Flügel. Da fehlt uns eins. Wo war das denn? Wo war das? Ich muss mal gleich die Sachen durchgucken, wo wir hinreisen können. Und vielleicht fällt's mir dann ein. Hm. Okay, das ist das Sternfall hier. So. Wo? Wo war das andere? Wo war das andere? Ich mein, die Rohanlage wär's nicht gewesen. Fuck, ey. Ich hab aber jetzt keinen Bock, alles abzusuchen, ne. Ach. Also ich mein, die Rohanlage wär's nicht gewesen, Kujara. Aber das kann eigentlich nicht sein, weil wir da schon... ...eins geholt haben. Zirkusdorf war nix. Zirkusdorf war nix. Ich geh mal hier zu der Rohanlage. Ich mein, das kann eigentlich nur da sein, aber ich wüsste jetzt nicht, wo. Wenn ich dann grad schon da bin, kann ich auch grad mal auffüllen unsere Eimer. Oder war das hier in dem Schuppen? Aber ich mein, da wär nur... Ja, da war nur das TNT. Aua! Ich bin am Kabel vom Headset hängen geblieben. Ich bin am Kabel vom Headset hängen geblieben. Ah. Hier, ne, hier war das nicht. Okay, machen wir gerade mal die Eimer voll. Da sind die Eimer. Da ist der andere Eimer. Gut. Wo kann das denn noch gewesen sein? Oder war das wirklich da in dem Wald? Ah, ich teleportiere mich einfach mal dahin. Das ist überhaupt die beschissenste Stelle, wo man mich hin teleportieren kann. Ich schreibe es mir auf und wir machen hier Schluss. Und dann werde ich es für das nächste Mal suchen. Weil ich will dann ja noch die 10 Küken machen. Und dann haben wir das vielleicht irgendwie dann in einem... Ach ja. Na gut. Dann haben wir heute wieder ein bisschen was geschafft. Ich hoffe mal, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.